Ok, die Runde beginnt. Du siehst es wirklich von Anfang an. Ich kommentiere es trotzdem so als kleine Vorfreude. Also, wir laufen in Squeaky rein. Ja, ich habe noch ein Maid in Squeaky. Das ist nämlich ein Platz, wo man immer zu zweit sein muss. Mein Maid wurde erschossen. Ich bin allein. 1 gegen 5. Ok, den ersten habe ich mit der P90 geholt. Alles easy. Erstmal draußen nochmal checken. Da könnte ja jemand kommen. Nein, keiner von behind. Aber ich hatte das X-Safe. Ok, wieder zurück nach Squeaky. Einer übt ein bisschen seine Wallblings mit der AWP, aber die haben wir gedodged. Jetzt hören wir einen vor der Tür. Er macht auf. Erstmal sprayen. Ah, wir wurden ein bisschen angeschossen. Nur noch 89 HP. Erstmal AK nehmen. Ok, easy. Ok, das war Glück. Ah, den haben wir noch 19 HP und noch 2 Gegner. Gut, wir wissen, wo einer davon steht. Und der andere ist vollkommen unbekannt. Geht raus und Headshot. Easy. Jetzt platzieren wir die Bombe und verstecken uns. Wir wissen nicht, ob das Versteck richtig ist. Wir gucken uns hysterisch um, ob er von einer der Seiten kommen könnte. Nein. Trotz Hysterie kommt er nicht von dort. Ok. Wir wissen nicht, wo der Gegner ist. Oh, wir haben ihn gesehen. Erstmal so platzieren, dass wir perfekt stehen, wenn er wieder kommt. Und Tod ist er. 1 gegen 5. Bisa. 3 gegen 5.